... von einer anderen Frau. Die Tussi, die hatte irgendwie so Superkräfte oder so. Hey, wie ist denn da? Wie war der Tag? Super, wie immer. Ich wollte eigentlich fragen wegen meiner Beförderung. Hey, du bist einer von uns. Du weißt es nicht mehr. Ich kann plötzlich Leute durch die Luft werfen und so. Das ist doch nicht normal. Was bist du? Das ist dein wahres Ich. Du bist doch nicht der Einzige. Das ist eine Großfamilie. Elektro-Man. Ja, das ist mein Superheldenname. Elektro-Man. Wurdest du mal von einer radioaktiven Spinne gebissen? Nicht, dass ich wüsste. Was kannst du? Er ist unverwundbar. Jeder Superheld braucht natürlich auch ein richtiges Outfit, ne? Ja, im Internet sah es irgendwie geiler aus. Was machen wir jetzt damit? Damit unseren Superkräften... Wenn die uns da draußen erwischen, dann sparen die uns weg. Wir können einfach nicht mit normalen Menschen zusammenleben. Was ist los mit dir? Macht mir Angst. Mir auch. Warum bin ich so ein Freak? Du bist kein Freak. Wir sind der nächste Schritt in der fucking Evolution. Ich brauche keinen Schutz. Ich brauche keinen Schutzschild. Ich lege vor und der Beat macht den Rest. Hey, hör mal den Rest. Okay. Du bist kein Gefühl. Du bist kein zeitgeist. Jetzt schnau.